Wer wäre geeigneter es oft, Held unzähliger Abenteuer wird Ihnen zum ersten Mal auf der Leinwand begegnen und mit ihm seine Freunde Hans Warren und Pongo. Der Fluch des schwarzen Rubin, Rolf Thoring, der Feind aller Verbrecher und Beschützer der Schwachen und Unterdrückten findet aus allen Schwierigkeiten einen Ausweg. Der athletische Pongo meistert jedes Hindernis und der Bärenstärke Hans Warren ist ihm dabei neuer Helfer. Drei Männer, drei Freunde, lassen Sie sich von Ihren Abenteuern begeistern, lassen Sie sich vom märchenhaften Glanz ferner Länder verzaubern, von der Prozession der Prunkbalken König Bummi Wols, vom Fest der thailändischen Kampfelefanten, vom Reiz fernöstlicher Schönheit, aber auch vom harten Kampf zwischen Mensch und Tier. Schwimmen wir? Du solltest längst im Palast sein. In ein paar Minuten durfte der Prinz dringend nach seiner Medizin verlangen. Ich möchte nicht mehr hingehen, jetzt wo Thoring hier ist. Wohin ich sehe, wohin ich trete. Es ist Duran. Das ist ein gewaltiges Lager. Das sind Milliarden. Und alles gehört mir. Alles gehört mir. Der Fluch des Schwarzen Rubin. Der deutsche Abenteuerfilm. Das ist Duran. Das ist Duran. Der Frau ist Duran. Vielen Dank.